Den halte ich auch noch auf. So, und hier hat er im Prinzip Selbstmord begangen. Er hat seine letzte Einheit aus Havana weggezogen. Also auch total kurios. Und, ja, die Einladung nehme ich doch an. Ja, da zieht er sie sogar zurück. Okay, und schaut mal hier. Ich habe wieder Erdölreserven. Und ich habe Havana. So. Also ich denke mal... Jetzt gebe ich ihm den Rest. Jetzt werde ich Moskau bedrohen. Und dann wird ihm nichts viel übrig bleiben. Er wird entweder die Einheiten, die aus Mitteleuropa zurückziehen müssen. Oder seine Hauptstadt fällt. Und dann ist das Spiel zu Ende. Was? Ich habe hier noch... Na? Hat er es tatsächlich noch geschafft, ja? Aber gut. Das kümmert mich nicht mehr. Ja. Ja. Das kümmert mich nicht mehr. Das kümmert mich nicht mehr. Was die ihn jetzt noch her hat, keine Ahnung. Aber ihr seht ja, ach das könnte der aus Kuba gewesen sein. Der ist mittlerweile bis hier hermarschiert. So, was haben wir da? Ja, das hat er erkannt hier irgendwie. Dass ihm noch ein Heil droht. Ich will jetzt mal wissen, was da in Moskau stationiert ist. Was er da noch aufzubieten hat. Da haben wir ein bisschen Glück. Dann schnappe ich ihn sogar noch einen Liniengrad von der Nase weg. Ja, das läuft eigentlich super hier. Dann werde ich ihn mal wieder verlagern. Feind bedroht Hamburg. Das sind die mittlerweile gewöhnt. Und haben das bis jetzt immer noch ganz gut überstanden. Die sind alle wieder topfit und eingepferschanzt. Na, da haben wir viel Spaß, Freunde. Das wird doch nichts. So, und der kann sich mal auf den Weg durch die Mongolei machen hier. So, und damit, würde ich mal sagen, ist Vlody Bostock auch demnächst in meiner Hand. So, und Moment mal, ich habe ja hier noch Einheiten. Was mache ich mit denen? Ich stoße mal durch hier ins Schwarze Meer. Mhm. Geld habe ich auch schon wieder reichlich. Geld habe ich auch schon wieder reichlich. So. So. Wisst ihr was? Auf geht's. Da ist ja gar keiner. So, und jetzt muss er die nämlich hier zurückziehen. Werd ihr? Ja. Das ist meine Chance. Da kann ich dann... ... oder presst... ...erobern. So, hier war doch noch ein Panzer. Wo ist der denn? So. Okay. So. Okay. Skahen. Den verlagere ich mal auf den Flugzeugrömer. Ja, schade, da bin ich ein bisschen zu spät los. Ach, da ist er. Bitte sehr. Da darf er sich gerne austoben. Ja, ob wir das noch schaffen. Mal sehen. Der Panzer darf nur nicht festgepinnt werden. Ja. Der Panzer darf nur nicht festhalten werden. Oh, da ist da zu. Ja, da kann ich mir das Feld auch noch holen. Und, und. Auch bewegt er sich. Ah, das wird er wohl nicht schaffen. Aber immerhin. Da ist ihm erstmal ordentlich die Düse gegangen. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Was jetzt? Wer bleibt in Smolensk stehen? Okay. Dann machen wir jetzt Schluss. Ich mach dir den Sack zu. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und ja, bleibt mir gewogen. Bis bald. Tschüss.